Hallo Max, ich wünsche dir alles, alles Liebe zum Geburtstag und ganz viel Glück im folgenden Lebensjahr. Ich hoffe, du hast heute einen schönen Tag. Danke nochmal allen, die sich bei dem Video beteiligt haben und natürlich an jenen, die mir geholfen hat, die ganzen Leute zu kontaktieren. Ich hoffe natürlich sehr, es gefällt dir und ich hoffe auch, dass wir noch sehr lange befreundet bleiben und ich bin auf alle Fälle sehr froh, dich kennengelernt zu haben. Okay, ciao! Hey Max, auch ich wünsche dir alles, alles Gute zum Geburtstag. Ich hoffe, du hast einen ganz tollen Tag heute und machst etwas, was dir viel Freude bereitet und ich hoffe auch, dass wir uns bald mal wiedersehen, was ja eigentlich kein so großes Problem sein sollte, weil wir ja so gut wie Nachbarn sind. Und in dem Sinne wünsche ich dir ganz viel Vergnügen mit denen Light.io-Apps sagen wolle. Die kommen jetzt nämlich mit ihrer Nachricht an dich zum Geburtstag. Viel Spaß damit, wir mögen dich, wir seht uns. Tschüss noch. Hey Max, alles Gute und darauf ein... Ey! Hallo Max, ich habe gehört, dass du Geburtstag hast und daher wünsche ich dir alles Gute. Ich weiß, wir kennen uns nicht, aber ich habe ein Gefühl, dass wir uns sehr bald kennenlernen werden. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber ich hoffe, du verbringst einen schönen Tag und feierst gut. Liebe Grüße und alles Gute zum Geburtstag. Ciao! Hallo Max! Ich wünsche dir alles, alles Gute zu deinem Geburtstag. Feier schön, bleib so wie du bist. Lass es dir heute so richtig gut gehen und genieß den Tag. Esst so viel Geburtstagskuchen, wie du nur kannst, weil Geburtstagskuchen ist das wahre. Schmeckt so lecker. Esst so viel, wie in deinen Magen reinpasst. Ja, wie gesagt, feier schön und ich hoffe, du hast einen richtig fetzigen Tag. Ich sing jetzt einfach. Hey, blüht mal. Ich kann nicht singen. Hi Max, auch ich wünsche dir alles Liebe und Gute zu deinem Geburtstag. Genieß deinen Tag, bleib so wie du bist und ja, so bist du am coolsten. Ich würde sagen, wir sehen uns bald wieder und ja, lass dich feiern heute und bis dann. Ciao! Dein Christus. Hallo Max, alles Gute zum Geburtstag von mir. Ich wünsche dir natürlich einen guten Tag und lass dich gut beschenken. Ich finde es richtig cool, dass wir uns kennengelernt haben. Ich weiß bloß gerade nicht wo. Ach doch, das war auf eurem Zuschauertreffen und seitdem hat man sich ja irgendwie zufälligerweise ein paar Mal gesehen und es ist echt immer witzig mit dir und den anderen und ja, mach dir einen schönen Tag und man zieht sich. Ciao! Hi Max, alles, alles Gute zum Geburtstag. Ich hoffe, du feierst schön und bekommst ganz viele Geschenke und vielleicht sehen wir uns ja bald mal wieder, weil das letzte Mal war ja auf dem Video Day und das ist schon eine Weile her. Und ja, genau. Also, hab einen schönen Tag und ja, bis dann. Ciao! Hallo Max, ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag. Ich hoffe, du hast einen wunderschönen Tag und ich wollte dir einfach mal sagen, dass ich es richtig cool finde, wie lange wir uns schon kennen und was du aus deinem YouTube-Kanal gemacht hast. Ich erinnere mich sehr gerne noch an die Watchme-Aktion zurück und unsere Knee-Challenge. Die war wirklich richtig cool. War eine super Idee von dir und ja, ich hoffe, du hast einen wunderschönen Tag und bis dann. Ciao! Max, ich wünsche dir alles, 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 alles Gute zum Geburtstag. Ich hoffe, du hast einen wunderschönen Tag und dass du natürlich dein neues Lebensjahr richtig rockst und ich hoffe, du hast heute ein Hochzeitskleid an. You know what I mean. Und jetzt um den Augenstich. Hallo TV-Mix-Max. Max. Max. Alles, alles Gute zum Geburtstag. Ich hoffe, du hast einen guten Tag heute. Bis bei den richtigen Leuten, die dich mögen, die du magst. Vor allem, die du magst. Das ist auch scheißegal, was die anderen denken. Und ich wünsche dir viel Erfolg und viel Glück und alles, alles Gute für die nächsten paar Monate vor allem, die jetzt kommen. Wird ja sehr spannend. Ich hoffe einfach, dass es ein gutes Jahr für dich wird und wir uns vielleicht auch mal bald wiedersehen. Das wäre sehr schön. Bis dann. Tschüss! Alles Gute zum Geburtstag. Feier schön. Mach nix. Lass dich reich beschenken. Sei einfach Kim Kardashian für einen Tag. Hallo Max. Auch wir möchten dir heute herzlich gratulieren. Wir wünschen dir alles Gute. Gesundheit. Glück. Und viele weitere Fruchtfliegen. Und damit verabschieden wir uns. Liebe Grüße. Happy Birthday, Max. Ich wünsche dir alles, alles Gute zum Geburtstag. Ich hoffe, du hast einen ganz tollen Tag. Lass dich feiern. Und ich hoffe, dass all deine Wünsche in Erfüllung gehen. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute und auch noch viel Erfolg mit YouTube und allem. Deine Videos sind echt super. Mach weiter so. Und ja, ich hoffe einfach, dass du heute einen schönen Tag hast und lass dich feiern. Mach's gut. Tschüss. Hey Max, alles Gute zu deinem Geburtstag. Ja, also mich hatten ja Sanni und jenjenige gefragt, ob ich das Video so machen kann. Und ich wünsche dir alles Gute, was man braucht. Gesundheit, Glück, Erfolg, Spaß beim Feiern und was da alles noch kommt. Und feier aber nicht zu hart. Das habe ich vor ein paar Wochen gemacht und das ist nicht gut. Ja. Also wie gesagt, alles Gute zum Geburtstag und viel Spaß. Hallo, mein lieber Lieblings Max. Jawohl, du bist mein Lieblings Max. Hallo, lieber Lieblings Max. Die Sanni hat mir erzählt, dass du heute Geburtstag hast und ich wünsche dir alles erdenklich Gute und alles Wunderbare und Schöne. Und ich wünsche dir, dass dein Weg immer ein positiver sein wird und dass du aus den Steinen, die man dir in den Weg legt, was Wunderbares brauchst. Ich vertraue ganz fest auf dich, dass du deinen Weg sowieso meistern wirst. Denn A bist du ein kluges Kerlchen und B bist du ein guter Mensch. Ich bin froh, dass ich dich habe kennenlernen dürfen und ich schicke dir alles, alles Liebe dieser Welt. Aber was wäre ein Geburtstagsgruß ohne Geburtstagsständchen? Also nur für dich. Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday Lieber Fruchtfliegenpapa Happy Birthday to you Alles Liebe Happy Birthday to you Bis zum nächsten Mal.